Zufuhrfach Legen Sie Umschläge, Karteikarten und andere Spezialdruckmedien in Ihren HP-Drucker ein und konfigurieren Sie den Treiber, um die Art der von Ihnen eingelegten Medien zu drucken. Befolgen Sie diese Schritte, um Umschläge für den Zufuhrfachtyp Ihres HP-Druckers zu laden. Bei Druckern mit Papierschächten auf der Rückseite heben Sie das Zufuhrfach an, um dieses in seine verriegelte Position zu bringen. Schieben Sie die Papierquerführungen bis zum Anschlag nach außen. Legen Sie nie mehr als fünf Umschläge gleichzeitig ein. Verwenden Sie keine glänzenden oder geprägten Umschläge oder Umschläge mit Klammerverschluss oder Fenster. Legen Sie die Umschläge ganz nach rechts in das Zufuhrfach, bis diese stoppen. Achten Sie darauf, dass die zu bedruckene Seite nach oben und die Klappe nach links zeigt. Schieben Sie die Papierquerführung nach innen, bis diese an den Enden der Umschläge anliegt, ohne diese dabei zu verbiegen. Öffnen Sie das zu druckende Dokument. Passen Sie die Einstellungen des Druckertreibers an, um den Ausdruck auf Umschlägen für das Format und den Typ zu optimieren, den Sie eingelegt haben. Bei Druckern mit Papierschächten an der Vorderseite fassen Sie den Griff am Zufuhrfach und ziehen dieses zum Öffnen heraus. Schieben Sie das Fotofach, falls vorhanden, ein. Schieben Sie die Papierquerführungen so weit wie möglich nach außen. Legen Sie die Umschläge mit der zu bedruckenden Seite nach unten in die Mitte des Zufuhrfachs, wobei die kurze Kante nach vorne zeigt. Schieben Sie die Papierquerführungen nach innen, bis diese an der Umschlagkante stoppen. Schieben Sie die Papierquerführung nicht so weit, dass das Papier gebogen wird. Schieben Sie das Zufuhrfach wieder in den Drucker. Wählen Sie nach Aufforderung auf dem Bedienfeld des Druckers Anpassen, um das Format und den Typ des Umschlags so zu ändern, dass diese den im Drucker Eingelegten entsprechen. Wenn die aufgelisteten Einstellungen mit den eingelegten Umschlägen übereinstimmen, tippen Sie auf OK. Öffnen Sie das zu druckende Dokument. Passen Sie die Einstellungen des Druckertreibers an, um den Ausdruck auf Umschlägen für das Format und den Typ zu optimieren, den Sie eingelegt haben. Befolgen Sie diese Schritte, um Karteikarten für den Zufuhrfachtyp Ihres HP-Druckers zu laden. Bei Druckern mit Papierschächten auf der Rückseite heben Sie das Zufuhrfach an, um dieses in seine verriegelte Position zu bringen. Schieben Sie die Papierquerführungen so weit wie möglich nach außen. Legen Sie einen kleinen Stapel an Karteikarten ganz nach rechts in das Zufuhrfach, bis diese stoppen. Achten Sie darauf, dass die zu bedruckene Seite der Karte nach oben und die kurze Kante nach vorne zeigt. Schieben Sie die Papierquerführungen nach innen, bis Sie an den Kanten der Karteikarten anliegen, ohne diese zu verbiegen. Ziehen Sie bei Druckern mit Papierschächten an der Vorderseite das Zufuhrfach mit dem Griff heraus, sofern dieser vorhanden ist. Schieben Sie das Fotofach, falls vorhanden, ein. Schieben Sie die Papierquerführungen so weit wie möglich nach außen. Legen Sie einen kleinen Stapel Karteikarten in die Mitte des Zufuhrfachs, bis diese stoppen. Stellen Sie sicher, dass die zu bedruckene Seite der Karten nach unten und die kurze Kante nach vorne zeigt. Schieben Sie die Papierquerführungen nach innen, bis sie an den Kanten der Karteikarten anliegen, ohne diese zu verbiegen. Schieben Sie das Zufuhrfach wieder in den Drucker. Wählen Sie nach Aufforderung auf dem Bedienfeld des Druckers Anpassen, um das Format und den Typ der Karteikarten so zu ändern, dass diese den im Drucker Eingelegten entsprechen. Wenn die aufgelisteten Einstellungen mit den eingelegten Karteikarten übereinstimmen, tippen Sie auf OK. Öffnen Sie das zu druckende Dokument. Passen Sie die Einstellungen des Druckertreibers an, um den Ausdruck auf Karteikarten für das Format und den Typ zu optimieren, den Sie eingelegt haben. Karteikarten für das Schüpfchen. Vielen Dank.